so wir können uns schon bewegen entschuldigung ich dachte er macht noch irgendwas dieses an den kopf greifen dass ich denke dass mal der will noch irgendwas tun aber es ist seine grundsätzliche bewegung wenn er stehen bleibt hello hello i need an ambulance can you hear me i need help is cold darkness around me i was usually not afraid of the dark but there on that day i remember i had a matchbox somewhere in my jacket the urge to light a match was growing with every new chill running down my spine oh shit in meiner tasche fand ich eine schachtel streichhölze ich konnte mit eingabetaste etwas licht bekommen und wir müssen verdammt gut haushalten mit den dingern kapitel 2 eine tür fiel zu war nicht zu öffnen es hatte keinen zweck oder sehen wir schon neue streichhölzer das ist gut ich hatte gehofft weitere zu finden aber ich musste mit denen auskommen die ich bereits hatte eine friedliche landschaft die art von ort an dem ich liebend gern gewesen wäre oder das kann ich mir vorstellen wenn du dort bist dass du lieber woanders wärst eine afrikanische maske ein hölzernes gesicht ohne seele ja ganz so stimmt das nicht wenn man sich mit der afrikanischen kultur beschäftigt aber verliere ich vielleicht jetzt mal nicht wort dazu weil wir ja mit unserem streichholz schauen müssen die frau mit dunklem haar dominierte den raum wer war sie na nicht stolpern mein freund wer war am ende der leitung ich konnte dieses geräusch nicht vergessen gefangene sobald ich im haus war wollte ich mit dem telefon hilfe rufen doch die antwort war verzerrt und unverständlich wer war es ein kalter schauer lief mir über den rücken als die eingangstür sich hinter mir von selbst wieder schloss nehmen wir den masken ich mach das mal hier in dem bildschirm weil wir da nicht schauen müssen dass unser streichholz ausgeht mit den afrikanischen masken ist es ja tatsächlich so die machen ja die veranstalten ja feste bei denen dann zum beispiel medizin männer sich masken aufsetzen und wenn sie diese masken tragen werden sie geben sie selbst die souveränität über ihren körper ab und lassen die seelen ihre ahnen denn die haben ja einen starken ahnenkult in vielen ecken afrikas in ihren körper wandern sozusagen das heißt ich finde es nicht ganz passend zu sagen ein stück holz ohne seele denn es ist letztendlich für zumindest im afrikanischen glauben schon ein katalysator dafür eine seele kurzzeitig in seinen körper aufzunehmen wenn man so will naja gut machen wir mal weiter schau mal im schrank nach ein zyklopädien der rücken war kaum lesbar zwei männer und ein kleines boot eine erinnerung an eine expedition und das zeichen wieder das ist was die nacht sieht limitierte perspektive ist so kaputt wie diese dritte ich dachte es mir fast wir müssen bestimmt erst irgendwas machen bevor wir diese türen öffnen können oh danke schön ein lichtschalter gerade rechtzeitig die berglandschaft konnte mich nicht beruhigen es gibt also auch lichtschalter und elektrizität hier drin aber in vielen räumen werden wir wahrscheinlicherweise mit streichhölzern schauen müssen diese stiefel hatte erst kürzlich jemand getragen ja wir haben ja hier auch ordentlich spuren auf dem boden wenn wir uns das anschauen hier drüben ohne licht konnte ich nichts tun ah da wo der lichtkegel endet dort wird es dann auch problematisch okay wer auch immer hier lebte hatte einen besonderen geschmack was alkohol anbelangte was heißt besondere geschmack besonders gut besonders schlecht wer weiß ohne licht keine chance okay die tür da drüben die lasse ich dann auch mal so wie sie ist bleiben erstmal im licht würde ich sagen wir probieren es mal mit der tür hier ich konnte nicht hindurch shit okay zwei verschlossene türen bleibt noch die dritte für die wir doch wieder ein streichholz anzünden müssen das ist ärgerlich naja hätte ich sie mal vorhin schon zu öffnen versucht natürlich sie geht zu öffnen aber hier haben wir auch gleich den lichtschalter der sessel sah gemütlich aus ich konnte mich ausruhen und meinen fortschritt speichern alles klar sessel sind also die speicherpunkte so jetzt sagen wir durchsuchen mal die dunkelheit solange das streichholz noch aktiv ist an diesem kleiderschrank war nichts besonderes das kruzifix wirkte nicht sonderlich tröstlich verschlossen ich war auf dieser seite eingesperrt bibliothek okay margerts tagebuch au ach auszug ich habe erst august gelesen auszug 12 28 august 1911 william ist heute sieben geworden er ist bei henry im garten und spielt fangen mit den dienstboten sie sind verkleidet wie weltraummonster spiele immer diese spiele die villa sieht aus wie ein schlachtfeld und von ihrem geschrei habe ich migraine bekommen ich habe mich ins büro zurückgezogen ich kann nicht einmal beten henrys fantasien halten william von seinem wahren schicksal ab ich muss ihn zu mir zurückholen denn nur so kann ich einen mann aus ihm machen nur so kann ich ihm das vermächtnis der venter crosses nahe bringen und ihm den weg zeigen henry ist ein träumer ohne jegliche ambitionen von ihm kann er nichts lernen hinter jedem erfolgreichen mann steht eine starke frau so ein unsinn frauen sollten an der front sein hierher hat uns das gegenteil gebracht ich mache mir keinerlei illusionen ich weiß wie wenig macht die welt in die hände der frauen legt aber william ist jung er ist die zukunft ich werde durch ihn handeln möge die nacht endlich über diesem haus einbrechen möge william aufhören hinter ehrlichtern her zu jagen und dem platz zu finden der ihm zusteht in dieser welt ach ja eine über ambitionierte mutti ich frage mich gerade margaret war das eine von denen draußen war das hier margaret venter cross ich glaube schon ne ich denke mal die wird dann auch die dominante frau auf dem bild gewesen sein während henry ihr mann war der wahrscheinlich nicht so viel zu sagen hatte und william also der sohn alles klar das wird sicherlich noch eine rolle spielen so das ist bloß nochmal das okay ich dachte wir können noch das bild anschauen ein junger in religiösem gewand ein haus voller alter traditionen als ich die frau mit der kirchenkerze sah fragte ich mich wo gott war eine kiste voll mit alten wissenschaftlichen büchern der garten sah aus als würde er in der dunkelheit schlafen ankunft der dunkelheit 29 oktober 1938 ist ja erst ein paar tage bevor wir hier sind ne ich glaube dritter elfter stand auf den zeitungsartikeln aber da haben wir auch eine neue zeitungsartikel serie gerade angefangen oben habe ich gesehen 1 von 10 irgendwann hörten wir auf mitzuzählen wir zählten nicht mehr mit wie viele unternehmen in den letzten neun jahren geschließen mussten wie viele arbeitslose familien auf der straße landeten und gezwungen waren in den armen vierteln am stadtrand zu leben wie viele waren ins meer geworfen oder verbrannt wurden weil niemand mehr sie kaufen konnte stattdessen zählten wir wie viele unserer geschäftspartner mit uns in den abgrund stürzten der börsenkrach begann vor neun jahren am 29 oktober 1929 geboren aus dem kranken und spekulativen baucher amerikas und er überzog die welt mit unwettern und dunkelheit wir sind noch immer hier aber wir haben den glauben verloren wir hörten auch auf zu zählen weil uns mittlerweile übel von zahlen wurde die morgenröte schien damals weit entfernt heute meinen einige sie könnten die sonne aufgehen sehen sie scheinen zu vergessen dass die nacht und die dunkelheit immer da sind irgendwo versteckt ja also doch 1929 war mir nicht mehr ganz sicher mit dem jahr übrigens wenn ich mich nicht ganz doll irre ist der 29 oktober 38 ein tag bevor orson wells seinen krieg der welten im radio verkündet hat also das hier spielt dann sozusagen gerade ein paar tage danach ist ja auch eine sehr lustige geschichte also wer das nicht kennt orson wells war damals ich glaub 23 und hat in seiner radiosendung und radio war ja damals nur das große massenmedium weil fernse ja noch nicht so drin war ähm hat er als ob es eine richtige nachricht wäre seinen krieg der welten angefangen und hat das mit nachrichtenschnipseln sozusagen dann gefüttert und hat damit eine massenhysterie ausgelöst weil der 30 oktober ein tag vor halloween ein tag der streiche ist sozusagen deswegen hat er das durchgeführt ja und da hat er eine kleine hysterie ausgelöst ähm eigentlich wenn man ehrlich ist einer der größten massenpaniken die es ehemals gab in amerika wahrscheinlich auch auf der ganzen welt und ja der hat aber seinen mann dazu gestanden und hat eigentlich damit ziemlich denkwürdige sache gelandet ne kann man sich heute noch dran erinnern so schauen wir uns mal weiter um ok das ist uninteressant war das der schein des unfalls den ich da sah ja dein auto leuchtet noch aber vielleicht war es auch ein geist nein komm du hast das streichholz gerade noch in der hand gehabt auch junge ich gehe mal wieder ins licht ok wenn wir zu lange in der dunkelheit stehen bleiben scheint das auch nicht gut für uns zu sein das ist natürlich gut zu wissen ich würde sagen wir gönnen ihm erstmal eine pause damit er sich ein bisschen ausruhen kann ich glaube es hat er mehr als nötig du bist da du bist da du bist da weischtolz anzünden ich würde auch das plakat hier hinten interessant selina aber ich kann es nicht knight simon und kannst du mal ah ne man kann es nicht lesen schade so dann müssen wir halt noch eins an machen das nützt ja nichts Tja, das war die, die du überfahren hast. Margels Tagebuch. Hatten wir das schon? Nein, Auszug 11, wir hatten Auszug 12 vorhin. 21. August 1911. Das Haus erstickte förmlich an nutzlosen Beleuchtungen und Verzierungen, wie unangemessen für die Größe eines Vermögens wie dem der Vespers. Es war das Werk eines degenerierten Romantikers, ein Schandfleck in diesem Jahrhundert. Zuerst ließ sich die Blumenbeete an der Ostseite des Gartens entfernen. Sie versperrten nur den Weg und verbreiteten im Sommer einen schier unerträglichen Gestank. Ich hatte es Henry gegenüber nicht erwähnt und er war sehr ungehalten. Zum ersten Mal glaubte ich etwas wie Wut in seinen Augen zu sehen. Wenige Sekunden lang sah er aus wie ein Mann. Dann versenkte er sich wieder in seine Melancholie und spielte den ganzen Nachmittag lang Klavier. Wieder diese Jazz. Diese einfältige Musik, die nach Ausschweifungen und Elend klingt. Diese Frau ist so voller Bitterkeit und Hass, das ist Wahnsinn. Vor allen Dingen wahrscheinlich ihrem eigenen Mann gegenüber. Naja gut. Ich nehme mal an, jetzt werden wir die Tür wohl aufkriegen, oder? Verschlossen. Immer noch verschlossen. Okay. Mit dem Prozifix hat sich auch nichts geändert, aber warum wird mir das so angezeigt, ist die Frage. Warum ist die Beleuchtung in diesem Haus so schlecht? Oh ne, dann mache ich es wieder aus, das will ich natürlich nicht. Halt, warte mal, ihr liegen Streichhölzer rum. Her damit. Sehr gut. Sind sogar noch welche auf Reserve, das ist gut zu wissen. Wow. Warum ist ja das Licht wieder aus? Lass mal hier rüber gehen. Okay, dort leuchtet schon was auf der Seite. Erstmal wieder das Licht anmachen. Jetzt noch grad drin geleuchtet, oder? Okay. Oh, jetzt sind beide Türen offen. Ich kehrs mal hier drüben rein. Mal ein bisschen beeilen. Weil Streichhölzer Mangelware und so, ne? Nicht vergessen. Mutters Schatten. Mutters Schatten werden niemals verschwinden. Das verstehe ich jetzt. Die Geiste zu nennen, wäre jedoch zu ehrenhaft. Sie sind Abschaum, die an der Dunkelheit kleben wie Fliegen am Mist. Solange ich lebe, werden sie niemals verschwinden. Das wird dann wahrscheinlich... Jetzt hab ich grad den Namen vergessen. William? Kann das sein? Der Sohn halt. Sein. Ich weiß es grad echt nicht mehr. William? George? Irgend so ein grundständiger Name war's doch. Ich weiß grad bloß noch Henry für den Mann. Jedenfalls nehm ich an, dass das wohl der Sohn sein wird. Und der muss ja dann noch am Leben sein, wenn er sagt, solange ich lebe, werden sie niemals verschwinden. Und generell würde es auch zeitlich passen, wenn 1911 der Kleine noch sieben war, glaube ich, war's, ne? Da ist er jetzt auch erst paarundreißig. Gut, schauen wir uns noch weiter um. Die Tür ist offen, okay. Ein Lichtschalter wäre schön. Margaret's Tagebuch, Auszug 19. Und das ist das gute alte Boston. Heimat von Bohnen und Kabeljau. Wo die Lowels nur mit den Cabots reden und die Cabots nur noch mit Gott. Ein Toast auf Boston. Von John Collins Bossidy. Hymne der Bostoner Brahmanen. Okay. Ich glaub, die ist ne ziemlich verbitterte alte Traditionalistin. Deren Geist einfach nicht weichen will, wie's scheint. Noch eine Erscheinung. Aber diese roch nach Tod. Ich konnte mich ihr nicht nähern. Es war eine alte Frau, eine verdorbene Seele. Der Tod persönlich. Ich musste mich von ihr fernhalten. Weiche! Weiche! Hilfe! Ich weiß nicht, ob die mir was tun kann. Aber wir gehen mal lieber ins Licht wieder. Und wie warm diese kleine Farbklecks oben erscheint, oder? Okay, wir müssen also echt aufpassen, wenn die in der Nähe ist. Oder suchen wir lieber erstmal das Zimmer hier. Nicht vergessen, Sessel. Ich bin so müde. Vater hat bei Quincy mehrere Ledersessel bestellt. Sie sind perfekt. Sie gehören zu den wenigen Plätzen, an denen ich ruhen und denken kann. Margaret kommt ihnen nicht zu nahe. Aber ich habe keine Ahnung, warum das so ist. Vielleicht, weil sie das Zeichen der Sonne tragen, die sie blind gemacht hat. Ich weiß es nicht. Ich bin einfach nur froh, dass sie hier sind. Ich danke dir, Vater. Okay, ein Lichtschalter wäre sehr schön. Notenblätter, die aus dieser Vitrine genommen worden waren. Ich sah mich mit den Richtungstasten um und ich konnte noch mit Leertaste frei agieren. Die Kiste war geschlossen. Es gab eine kleine Öffnung für einen Schlüssel. Auf der Kiste war ein esoterisches Symbol zu sehen. Ja, für die Venus, wie sie aussieht. Eine kleine Spieluhr mit einem Geheimnis im Inneren. Ich spürte ein Zittern unter meinen Fingern. Auf dem Deckel war das Symbol der Venus eingraviert. Das erkenne ich noch. Also, die einfachen Symbole wie Mars und Venus, die erkenne ich auch noch. Aber dann wird es auch schon schwierig. So, ich denke, ich soll Escape drücken, um zu verlassen. Ah, okay. Ah, hier ist auch wieder einer der Sessel. Ich musste eine bessere Lichtquelle finden. Ich muss da 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 eine bessere Lichtquelle finden. Vielen Dank.